Feindkontakt! Auf meinen Befehl! Folgt mir! Vorwärts! Sind auf Feinde gestoßen! Sind auf Feinde gestoßen! Vorsicht! Sie sind hier! Und Koblenz! Vorsicht, Gegner! Verstärkt die Verteidigung! Bereit für den Kampf! Ja, vorwärts! Kämpft, Männer! Sind auf Feinde gestoßen! Für die Freiheit! Okay, dann dringen wir mal durch... Brechen wir jetzt mal durch. Sollen wir noch unterwegs ein, was die Gegner so droppen? Sind auf Feinde gestoßen! Die Rune ruft zu Befehl! Verstärkt die Verteidigung! Auf mein Kommando! Feindkontakt! Verstärkt die Verteidigung! Verstanden! Bereit für den Kampf! Marschbefehl! Gebiet sichern! Wir haben wieder eine Verteidigung verloren! Sofort! Die Rune ruft! Verstärkt die Verteidigung! Bereit für den Kampf! Erwarte euer Kommando! Feindkontakt! Einsatzbereit! Gebt das Zeichen! Bereit! Und los! Bereit! Folgt mir! Bleibt standhaft! Erwarte Befehl! Befehl verstanden! Jetzt müssen wir gucken, dass wir die Feuerwehr verlos werden, während wir gleichzeitig immer mehr Soldaten verlieren. Okay, wir haben einen Rekruten, drei Kleriker und zwei Darft von verloren, also eins. So. Jawohl! Marschbefehl! Sie warten zu! Oh, das reizte Chaos. Eiffelgewand. Feindkontakt! Sieht vielleicht an ihr etwas besser aus. Feindkontakt! Ja, auf jeden Fall. Jawohl! Alles klar! Erwarte euer Kommando! Augen offen halten! Paladin-Sperrkämpfer noch verloren. Okay. Ja, habe ich richtig gesagt? Nein, nicht ein Paladin. Hast du noch einen Schützen? Gebt das Zeichen! Einsatz bereit! Bereit! Und los! Bereit für den Kampf! Augen offen halten! So, das sollte das Lager am See gewesen sein. Jawohl! Befehl verstanden! Erwarte euer Kommando! So, ihr bleibt mal hier, falls Angreifer kommen. Augen offen halten! Wobei, wir sollten es eigentlich gerade an das zu kommen. Maßbefehl! Ja, sofort! Ihr Tal rein und ihr hier raus. Schnell! Oh, Umuruk. Da ist unser Troll. Mhm. Aber da ist auch das letzte Lager so gesehen. Wenn der Feuerwaffe gegen Orks kämpft, ist eigentlich nicht gerade die schlauste Art. Weil Orks haben ja Feuerresistenz. Auf mein Schmeichen! Sofort! Folgt mir! Mir nach! Schnell! So, und hier oben ist, dürfte eigentlich nichts mehr sein. Feindkontakt! Hier wollen sie sich nur die Goblets durchdrücken. Schnell! Und jede Menge Orks. Also ja, wie viele Beschwörungskreise? Drei Beschwörungskreise hat dieser. Oder Beschwörungspunkt. Die Beschwörungskreise klingt ein bisschen seltsam. Oder Spawn Points. Sagen wir einfach Spawn Points. Und ja. Da ist der Titan. Der Menschen. Ja, Titan Upgrade der Menschen. Es werden für dieses Volk stärkere Titan produziert. Die Titan sind größer, kampfkräftiger und können beliebig oft nachproduziert werden. Mhm. Und da könnten wir theoretisch mit genügend Nahrung... Erwarte euer Kommando. Sind auf Feinde gestoßen, schnell! Ja, unsere Bevölkerung ist hier mit noch einmal... Bereit für den Kampf. Alles klar. Ja, vorwärts. Das ist ein Hinterhalt. Schnell. Feindkontakt! Erwarte euer Kommando. Erwarte euer Kommando. Erwarte euer Kommando. Auf meinen Befehl. Erwarte euer Kommando. Auf meinen Befehl. Schnell. Okay, Urmuk. Einsat im Beep. Sicher. Sind auf Feinde gestoßen. Sind auf Feinde gestoßen. Sie schlagen zu. Urmuk. Sind auf Feinde gestoßen. Erwarte Befehle. Hier wird auch draufgehauen ordentlich. Vorsicht! Sie sind hier! Der Schattenhain ist frei. Plag, zieh zurück! Hier. Für den Orden. Schnell. Nein, wir müssen gucken, dass wir die Feuerwerfer loswerden. Oh, hier sind auch noch ein paar Schläger der Faust versteckt. Feindkontakt! Stäbe wird sofort ausgeführt. Zur Ehre, Aonils! Bleibt standhaft! Und ja, als nächstes leicht die Kriegs-Kotze-Kleide-Klinge machen. Verstärkt die Verteidigung! Erwartet euer Kommando. Auf mein Zeichen. Schnell! Vorsicht! Sie sind hier! Bereit für den Kampf! Zu Befehl, verzüglich! Vorwärtskrieger! Quest-Produkt realisiert. Er hat das Lager am See. Haben wir jetzt erst getriggert? Auch gut. Leichter Kampf soll ich deiner Streitkolle. Ja. Bereit! Sofort! Jawohl! Auf mein Kommando! Folgt mir! Erwart das Kommando! So, er hat ein stumpfes Kurzschwert. Oh! Zepter des Lichts. Ist nicht schlecht. Eine Hexenruhne. Steinschlag. Sein Trollschädel. Bereit für den Kampf! Erwartet euer Kommando! Sofort! Ja, sprecht mit einer. Nachdem wir das Nachschubblager erledigt haben. Beliebige Kampfkunst 4 Windstein-Panzer. Okay. So, dann nehmen wir noch die Reste, die Überlebenden hier auseinander. Schnell! Schnell! Tja, von Sergeant Inaus Truppen sind leider nur er und seine beiden Utratspeers übrig geblieben. Das ließe ihn leider nicht vermeiden. Dass seine Nahkämpfer drauf gehen. Mir nach! Vorwärts! Folgt mir! Und los! Wir sind aber auf jeden Fall noch Gegner. Vorwärts! Folgt mir! Folgt mir! Für zu einem Steigkreis. Mal gucken, was es hier noch gibt. Stand halten mit Angriff! Sind auf Feinde gestoßen! Geben das Zeichen! Auf mein Zeichen! Und los! Und los! Zum Angriff! Oh, ein Beschwörungsstein, ne? Oh, sehr gut. Mit dem können wir schnell zu unserem Monument zurückkehren. Haltet durch, Männer! Sind auf Feinde gestoßen! Schnell! Vorsicht! Sie sind hier! Schließt die Reihen! Beschwörer? Auf meinen Befehl! Okay. Schnell! Und los! Sie schlagen zu! Okay, Beschwörer der Faust! Feindkontakt! Auf mein Zeichen! Sind auf Feinde gestoßen! Steigen, Golem! Feindkontakt! Auf mein Zeichen! Und los! So, außer ich selber. Ich gehe nämlich den hier aktivieren. Mit dem kann ich... äh... Schattenhain-Nord reisen. So, ich habe jetzt Beschwörungskreide auch noch gefunden. Willkommen zurück! Hier sind die Teile der Maske. Hier sind die Teile der Maske. Ich werde sofort beginnen. Sie ist fertig. Hier, nehmt sie. Möge sie euch allzeit schützen. Ja, ne Bannmaske. Festbuch aktualisiert. Wir haben Erfahrungspunkte dafür gewonnen. Wir haben jetzt hier ne Bannmaske.